Südafrika, auch an Tag 9 umspült eine Tränenflut das Lagerfeuer im Legenden-Dschungel. Bei Kader Loth, 51, und Daniela Dani Büchner, 46, wird es hoch emotional. Sie offenbaren Schicksalsschläge aus der Brunnentiefe der Vergangenheit. Während der Streit zwischen Julia Siegel, 49, und Sarah Knappig, 37, die nächste Eskalationsstufe erreicht und die versammelte Klatschblätter-Elite die Qualität des Festessens bestandet, zünden Kader und Dani den Tränen-Turbo. Mit dem Exit von Winfried Glatzeder, 79, verlor die Trash-TV-Queen auch eine Bezugsperson. Nun schüttet Kader der 46-Jährigen ihr schwermütiges Herz aus und bei ihr brechen alle Dämme. Denn, gut vier Wochen vor ihrem Einzug ins Legenden-Dschungel-Camp starb ihre geliebte Schwiegermutter. Sie war für mich wie eine zweite Mama. Ich habe es noch nicht verarbeitet und dann kam alles hoch, erzählt sie später im Dschungel-Telefon. Es sei alles noch viel zu frisch. Sie habe noch immer stark damit zu kämpfen, offenbart sie, während die Tränen kullern. Dani Büchner gibt Kader-Loth einen Rat von Dani will Kader wissen, wie viele Monate die Malle-Auswanderin gebraucht habe, um wieder am Leben teilzuhaben. Dani entgegnet mit feuchten Augen. Sie rät der früheren Big-Brother-Bewohnerin. Du musst dir und deiner Trauer viel Zeit und Raum geben. 2017 zog Kader gemeinsam mit Jens Büchner, 49, im RTL-Pritschenlager. Nach dem schweren Verlust kümmerte sich um Dani und sie wurden Freunde. Zudem macht sich Lagerkoller breit. Ich sehe bald aus wie ein Zombie. Ich war mal eine hübsche Frau, wimmert Dani, Sarah Knappig, 37, und Elena Miras, 32, müssen zur Dschungelprüfung antreten. Das Frage-Antwort-Spiel auf der Wippe über Schmutzwasser wird zum Desaster. Selten hörte man einen Menschen so oft das Wort SCH-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Sternchen krakehlen wie bei der ungekrönten Ausraster-Königin. Das Duo scheitert kläglich und kehrt nach einem Totalausfall ohne Sterne aus dem Spiele-Paradies zurück ins Camp. Ich bin ein Star, Showdown der Dschungel-Legenden läuft täglich ab 20.15 Uhr auf RTL. Bei RTL Plus sind alle Folgen jeweils einen Tag vor TV-Ausstrahlung im Stream verfügbar.